Ich lerne Deutsch. Nummer 213 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich wurde vor 60 Jahren im ersten Stock dieses Hauses geboren. Ich wurde vor 60 Jahren im ersten Stock dieses Hauses geboren. Am frühen Morgen ist der Strand noch leer. Die meisten Strandbesucher kommen erst später. Am frühen Morgen ist der Strand noch leer. Die meisten Strandbesucher kommen erst später. Meine Probezeit ist vorbei. Jetzt habe ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Meine Probezeit ist vorbei. Jetzt habe ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Die Häuser stehen nah am Ufer des Kanals. Zu jedem Haus gehört ein Boot. Die Häuser stehen nah am Ufer des Kanals. Zu jedem Haus gehört ein Boot. Ich arbeite seit zwei Jahren als Grafikdesignerin in diesem Unternehmen. Ich arbeite seit zwei Jahren als Grafikdesignerin in diesem Unternehmen. Das Wochenende haben wir zusammen auf dem Boot von Susannes Eltern verbracht. Das Wochenende haben wir zusammen auf dem Boot von Susannes Eltern verbracht. Das Wochenende haben wir zusammen auf dem Boot von Susannes Eltern verbracht. Ich arbeite so lange, bis ich das Programmierproblem gelöst habe. Nach jeder Mahlzeit putze ich mir die Zähne. Das habe ich schon als Kind getan. Nach jeder Mahlzeit putze ich mir die Zähne. Das habe ich schon als Kind getan. Wir haben den Pokal gemeinsam als Team gewonnen. Wir haben ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet. Wir haben den Pokal gemeinsam als Team gewonnen. Wir haben ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet. Ich bin die Leiterin eines Teams von zehn Mitarbeitern. Seit meiner Kindheit benutze ich einen Rollstuhl. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Oma strickt warme Socken für die Kinder aus Wollresten. Jedes Paar sieht anders aus. Oma strickt warme Socken für die Kinder aus Wollresten. Jedes Paar sieht anders aus. Drei reife Bananen sind in einer blauen Öko-Tasche aus Textilfasern. Drei reife Bananen sind in einer blauen Öko-Tasche aus Textilfasern. Der Hund springt ins Wasser. Viele Hunde lieben es zu schwimmen. Der Hund springt ins Wasser. Viele Hunde lieben es zu schwimmen. Wir starten die Drohne gemeinsam. Ich zeige dir, wie man sie steuert. Wir starten die Drohne gemeinsam. Ich zeige dir, wie man sie steuert. Der Mechaniker überprüft den Elektrodenabstand der Zündkerze. Der Mechaniker überprüft den Elektrodenabstand der Zündkerze. Der Mechaniker überprüft den Elektrodenabstand der Zündkerze. Ich gehe jeden Dienstag und Freitag ins Fitnessstudio. Dort trainiere ich meine Muskeln. An drei Tagen in der Woche arbeite ich in der Bibliothek. Ich unterstütze Alfons, damit er bald wieder ohne Hilfe laufen kann. Ich unterstütze Alfons, damit er bald wieder ohne Hilfe laufen kann. Der Granatapfel wird seit der Antike im Mittelmeerraum angebaut. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann geht's in der anderen Seite. Und dann geht's in der Tatmacht. Und dann geht's in der Tatmacht. Und dann geht's in der Tatmacht. Vielen Dank.